Und dann haben wir noch ein drittes Thema und zwar geht es mal wieder um die Corona-Schadensersatzklage und den Kollegen Dr. Rainer Füllmich. Und da werde ich immer wieder gefragt, Herr Jun, warum haben Sie sich denn so sehr auf den Herrn Füllmich eingeschossen? Und ich bekomme auch am meisten Resonanz, wenn ich etwas über Herrn Füllmich sage von Leuten, die sagen, der Herr Jun gehört abgeschafft oder abgeschlachtet. Also Morddrohungen gibt es am meisten eigentlich, wenn ich kurz zuvor etwas über dieses Thema gemacht habe. Ich mache es trotzdem. Aber ganz objektiv und sachlich, denn das ist das eigentliche Markenzeichen. Wir haben ein paar neue Ereignisse. Ich habe es neulich auf Twitter schon verbreitet. Es rumort ein wenig unter den Mandanten. Das heißt nicht, dass es dann Aufstand gibt oder dass sie nicht mehr hinter ihnen stehen. Aber es gibt so ein paar Leute bei der Schadensersatzklage, die fragen sich, ist es eigentlich so schlau, dass alle Namen und E-Mail-Adressen preisgegeben werden, dass also hier eine Datenpanne passiert ist? Und wie lange sollen wir eigentlich warten, bis der Schadensersatz tatsächlich einmal liquidiert wird? Bis tatsächlich mal unsere Schadensersatzansprüche, von denen die 800 Euro bezahlt haben, zusätzlich Umsatzsteuer vor Gericht verhandelt werden? Und wann kommen denn dort mal Ergebnisse heraus? Es gibt einige, die sagen dann, das war nicht als Spende gedacht. Wir wollten tatsächlich eine Leistung dafür haben und zwar nicht einfach nur eine Theatervorführung von einem Moodcourt oder einer Fernsehshow oder von diesen Dingen, wie heißen die da, dieser Ausschuss, der früher auf YouTube zu finden war, bis er dann ständig gelöscht wurde. Und jetzt ist er an irgendeinem anderen Kanal, wo ich ihn nicht mehr sehe. Es gab Leute, die haben im Jahr 2020 Herrn Füllmich oder seine assoziierten Partnerkanzleien beauftragt, weil sie wollten, dass Schadensersatzansprüche durchgesetzt werden. Und das ist nachvollziehbar. Derjenige, der als gewerbetreibender Unternehmer von Corona-Maßnahmen betroffen war und nicht ausreichend kompensiert wurde durch Überbrückungshilfe 1, 2, 3 plus und so weiter, der hatte durchaus Grund, sich umzusehen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, den Schaden zum Beispiel gegen den Staat oder einzelne Akteure durchzusetzen. Und da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, ob jetzt Herr Drosten Schuld in dem Sinne hat oder Herr Wieler oder der Gesundheitsminister oder der Staat. Aber es ist zunächst mal nachvollziehbar, dass man diese Ansprüche prüfen lässt. Und das war das Ziel von dieser Aktion der Corona-Schadensersatzklage oder Corona-Sammelklage. Und da wurden Versprechungen gemacht. Es gab einen Vertrag, in dem drinsteht, dass der Mandant, der da die 800 Euro bezahlt, diesen Pauschalpreis, abweichend von den gesetzlichen Gebühren, Beratung und Vertretung erhält. Und zwar Vertretung bei Klagen. Das heißt, es wurde durchaus versprochen, dass die Leute, die in dieser Klage mitmachen, ihre Ansprüche vor Gericht geltend machen könnten. Es wurde nicht genau beschrieben, jedenfalls nicht in der Vergütungsvereinbarung, allerdings sehr viel in dieser Webseite und in Interviews. Dass also der Plan war, mit amerikanischen Sammelklagen, die natürlich nicht von Deutschen gegen Deutsche geführt werden können. Aber irgendwie, sagte Herr Film, ich müsste es möglich sein, dass man Sammelklagen macht und dass dann später sich Deutsche anhängen. Eigentlich war das Versprechen sogar, wenn man erst einmal ein paar von diesen Klagen auf den Weg gebracht haben, werden die anderen schon so viel Angst haben, dass sie sich vergleichen werden. Und mit diesem Versprechen, mit dieser Ankündigung haben sich eine nicht bekannte Anzahl von Menschen dieser Klage angeschlossen. Und das ist schon mal die erste Frage, Jan Böhmermann hatte in seiner Sendung, wo es um den Corona-Unternehmer des Jahres, das war als ich ins Ballweg ging, offenbart, wie viele Gelder da zusammengekommen sein könnten anhand der Rechnungsnummern. Denn eine Rechnungsnummer aus dem Dezember hatte eine Ziffer, sodass man annehmen könnte, dass mehr als 1,3 Millionen Euro an Rechnungsbeträgen geschrieben worden sein könnten. Wie viele dann davon tatsächlich bezahlt haben, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber man sieht jetzt an den Diskussionen der Beteiligten, dass es wohl schon einige gab, die sich was versprochen haben von dieser Klage, die also durchaus auch erwartet haben, dass sie Schadensersatz bekommen könnten. Und jetzt kann man sich fragen, war das denn nicht naiv? Durfte man es glauben? Und ich würde sagen, nein, als Mandant muss man nicht überprüfen, ob der Anwalt weiß oder eine plausible Strategie hat, wenn jemand zur Anwaltschaft zugelassen ist, darf man zunächst einmal ihm vertrauen, denn er haftet ja schließlich auch für falsche Empfehlungen. Und das ist genau der Punkt. Er haftet dafür, wenn sich Dinge, die er als sicher dargestellt hat oder Dinge, die er versprochen hat, am Schluss nicht erbracht werden. Und das bringt uns dazu, was nämlich die Frage ist, haben die Mandanten von Herrn Füllmich möglicherweise Ansprüche oder die Mandanten von Herrn Templin. Denn die Vergütungsvereinbarung wird sehr abenteuerlich geschlossen zwischen Mandant und Marcel Templin als Vertreter der ihn beauftragenden Anwälte. Das heißt, der Vertretende steht in dieser Vereinbarung gar nicht drin. Rechtsmann mit Füllmich sagt mittlerweile, er sei die Kanzlei, die dahinter steht und damit vielleicht auch der Vertragspartner. Aber das ist eine Frage, die man auch nochmal bei Gelegenheit klären muss. Es sieht ja so ein bisschen so aus, als wäre Herr Templin lediglich Vertreter und somit nicht Vertragspartner. Dann muss man sich fragen, mit wem habe ich denn den Vertrag geschlossen? Denn die Rechnung wiederum wird von Rechtsmann Templin ausgestellt. Der weist auch die Mehrwertsteuer aus. Also muss er Vertragspartner sein. Wenn er nicht Vertragspartner ist und trotzdem die Mehrwertsteuer ausweist, dann muss er sie abführen, auch wenn sie nicht bezahlt ist. Und der Mandant darf sie aber nicht als Vorsteuer geltend machen. Gut, das ist jetzt Steuerrecht. Aber irgendjemand scheint wohl hier das Geld bekommen zu haben und war verpflichtet, die Beratung und Vertretung durchzuführen. Und jetzt kann man sich fragen, ist die wirklich durchgeführt worden? Ist sie erfüllt worden dadurch, dass die Green Mango Karaoke Bar eine Klage eingereicht hat gegen Christian Drosten? Da geht es auch nur um die Ansprüche von Green Mango und nicht von anderen Geschädigten. Und der Fall wurde auch nicht wirklich verhandelt, weil Herr Füllmich nicht bereit war, eine Maske zu tragen und daraufhin dann ein Versäumnisurteil bekam. Keine Ahnung, ob mittlerweile Einspruch dagegen eingelegt wurde. Was gab es noch? Es gab eine Klage. Es war in Amerika, aber keine Sammelklage. Auch nicht gegen Herrn Wieler oder Herrn Drosten, sondern gegen die New Yorker Schulbehörde wegen Anordnungen, die eher verwaltungsrechtlicher Natur waren. Es waren auch keine Deutschen, die dort Kläger waren. Es wurde auch nicht auf Schadensersatz geklagt. Also es hat eigentlich relativ wenig mit dem zu tun, was eigentlich hier angekündigt war. Zählt das als das, was man versprochen hatte? Es gab eine Sammelklage in Kanada für die indigene Bevölkerung gegen die Queen und den Papst und Gates Foundation und ganz viele andere. Auch da nicht Wieler oder Drosten. Auch da eine Klage, die wenig geprägt war jetzt von dieser Aktion der Corona-Schadensersatzklage. Und wo auch nicht verständlich ist, welche Erkenntnisse daraus jetzt einen Nutzen haben könnten für die Schadensersatzansprüche. Zumal auch hier die Klage als querulatorisch abgewiesen worden war. Herr Für mich hatte schon vor einiger Zeit gesagt, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann. Denn das System ist sozusagen durchsetzt oder korrupt und das auch sei auch für die Justiz der Fall. Und da kann man sich dann fragen, warum, wenn denn das ganze System so kaputt sein soll, versucht man dann dieses System damit zu beauftragen, das aufzuklären. Das sage ich schon seit anderthalb Jahren. Wenn ihr wirklich glaubt, dass hier eine Verschwörung stattfindet, wieso sollte die Verschwörung ausgerechnet vor der Justiz halt machen und die Justiz dann in der Lage sein, das alles aufzuklären? Wollte man tatsächlich herausfinden, wie weit die Aussagekraft von PCR-Tests bei hohen CT-Werten geht, dann hätte man das in Deutschland durchaus durch ein Sachverständigengutachten klären können. Und man wäre wahrscheinlich auch zu dem Ergebnis gekommen, dass man mit einem CT-Wert von über 32 vielleicht keine so große Gefahr für die Allgemeinheit mehr darstellt, insbesondere wenn man schon am absteigenden Ast ist, was die Infektiosität betrifft. Das wären sinnvolle Klagen gewesen und man könnte dann durchaus Abwägungen führen. Es gab ja durchaus auch erfolgreiche verwaltungsgerichtliche Klagen, wo immer wieder auch die Fehler des Staates korrigiert wurden. Aber diese Klage hat nicht besonders gut funktioniert vom Ergebnis. Hätte man das vorher sehen müssen? Wer hätte es sehen müssen? Nun, die Kläger hätten es nicht sehen müssen. Dafür haben sie einen Anwalt beauftragt. Das bringt uns zu dem Punkt, dass die Kläger womöglich Ansprüche haben, aber gegen Herrn Füllmich oder Herrn Templin auf Rückzahlung der geleisteten Beiträge vielleicht oder für die Kosten einer Ersatzvornahme, also die Kosten, die man für eine echte, seriöse und annualisierte anwaltliche Beratung bräuchte. Womit ich nicht sagen will, dass Herr Füllmich nicht seriös beraten wird. Aber er berethält auf eine bestimmte Art und Weise, die eben nicht dazu führt, dass ein durchsetzbarer Anspruch auf Schadensersatz hier entsteht. Und da bin ich mal gespannt, wie sich da die Mandanten verhalten. Ob die sagen, schwamm drüber, wir haben 800 Euro bezahlt, dafür haben wir Corona-Ausschuss viele Folgen bekommen und es wurden Gutachten bezahlt und es ist vielleicht auch ein bisschen Geld nach Amerika geflossen, damit dort Sammelklagen oder Klagen von Schülern finanziert werden konnten. Oder ob die sagen, nee, die hat uns eigentlich was anderes darunter vorgestellt. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, bleibt gesund.